11.394 Dollar, das ist unser Handelsergebnis im Rohstoff- und Futurehandel in Kalenderwoche 21. Damit haben wir auf unserem Hauptkonto ein neues Allzeithoch erreicht, aber nicht nur, auch auf dem kleinen Konto haben wir die Woche einen Trade gemacht. Wir haben insgesamt 7.050 Dollar verdient und damit auch auf dem kleinen Konto ein neues Allzeithoch erreicht. Der Kontostand beträgt 19.790 Dollar. Auch haben wir auf unserem Wettbewerbskonto getradet und zwar müssten wir unseren Platz 3 abgeben, aber wir haben unsere Performance verbessert von 137% aktuell auf 153. Bevor wir mit Besprechung der Handelsergebnisse für Kalenderwoche 21 beginnen, kleiner Hinweis, letzte Woche gab es kein Video zu Handelsergebnissen, weil wir letzte Woche Familienferien hatten. Und haben deswegen Handelsergebnisse nur im Textformat gepostet. Wer die Handelsergebnisse von letzter Woche verpasst hat, kann das bei uns auf unserer Webseite anschauen. Entweder auf der Hauptseite oder wenn man unter Echtgeldhandel geht, Pro Account und dann runter scrollt. Unter der Trading Statistik findet man alle unsere Handelsergebnisse chronologisch sortiert. So, in Kalenderwoche 21 sind wir gestartet mit zwei Positionen. Wir waren nach wie vor drei Kontrakte Long im Cotton und 825 Dollar im Plus. Und wir waren auch mit einem Kontrakt Long im Bensin und waren knapp 1500 Dollar im Plus. So, wir fangen mit dem Trade im Cotton. Das ist ein Trade, den wir schon seit Längerem bei uns im Portfolio haben. Die offene Position ist bereits drei Wochen alt. Wir sehen auf dem Wochenchart, wir haben hier ein gutes Signal bekommen. Leider war dieses Signal gegen den Seasonal Trend. Und wir sehen auch auf dem Tagesschat, dass wir hier keine Bewegung, keine impulsartige oder keine dynamische Bewegung Richtung unser Signal hatten. Sondern der Kurs, nachdem wir getriggert wurden, erstmal korrigiert. Wir müssten unsere Risiken reduzieren, müssten hier Teilverluste realisieren. Dann drehte der Kurs erneut in unsere Richtung. Dann verweilte sehr lange in so eine Seitwärtsrange. Und wir haben dann uns entschlossen, am Anfang der Woche die Gewinne mitzunehmen, beziehungsweise die Position Break-Even zu schließen. Kurz vor Handelsende war der Kurs über unser Einstiegskurs. Das heißt, wir konnten hier sogar 45 Dollar Gewinn realisieren. Insgesamt sind wir aber mit dieser Idee noch im Minus. Wir sehen, der Kurs hat jetzt korrigiert. An sich, COT-Signal bleibt noch aktiv. Wir werden schauen, wenn alle anderen Faktoren stimmen, werden wir hier erneut einen Long Trade probieren. Das werden wir aber in den Handelsplänen genauer besprechen. Bis jetzt konnten wir aber noch kein Geld mit dieser Trading Idee verdienen. Nächste Trade, Gasoline, auf Deutsch Benzin. Wir hatten hier unser Kaufsignal bekommen. Wir sehen, Trend ist nach unten. Das war ein Trade gegen den Wochentrend. Auch saisonale Trend ist hier eher fallend. Dennoch haben wir unser Trade gemacht. Auf dem Tagesschat haben wir das passende Timing gefunden. Unser Einstiegsparton lag vor. Wir wurden plangemäß getriggert. Der Kurs ging erstmal in unsere Richtung. Auch sehr dynamisch. Dann ist die Dynamik nachgelassen. Wir haben uns entschlossen, die Position zu schließen. Den Gewinn in Höhe von 4779 Dollar zu realisieren. Nature or Gas. Das ist der nächste Trade, den wir im Laufe der Woche gemacht haben. Wir haben hier ein Verkaufssignal gehabt in Trendrichtung. Auf dem Tagesschat sehen wir, dass der Kurs in einer Range ist. Wir haben die Range dazu genutzt, dann um unser Einstieg zu planen bzw. unser Ausstieg zu planen. Wir wurden plangemäß getriggert. Teilgewinn haben wir realisiert. Mit zwei Kontrakten sind wir noch im Markt. Unser Stopp ist auf Einstand. Demnach werden wir entweder hier noch zusätzlich Geld verdienen. Und zu dem, was wir schon verdient haben, der Gewinn bis jetzt ist 6570 Dollar. Und wie ich schon sagte, zwei Kontrakte sind noch offen. Eventuell gibt uns der Markt noch Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Denselben Trade haben wir auch auf dem kleinen Konto gemacht. Das hat uns auch auf dem kleinen Konto ein Allzeithoch beschert. Hier waren wir auch relativ kurzfristig im Markt. Wir haben die Korrektur abgewartet, wurden getriggert. Und haben dann gleich am nächsten Tag unser Gewinn realisiert. Der Gewinn betrug 750 Dollar. Und wie immer zuletzt besprechen wir CEB Index. Wir sehen CEB Index steigt. Das heißt, wir werden uns nächste Woche mehr auf die Kauf-Setups fokussieren. Kleine Announce. Wir werden am Mittwoch einen kostenfreien Webinar abhalten. Am 27.05. um 18.30 Uhr. Das Thema wird sein unser neues Quant-Tool. Wir werden das Quant-Tool vorstellen und werden auch zeigen, wie wir diese Auswertungen auch in unserem Trading verwenden. Anhand von realen Trading-Beispielen, die wir auf unserem Konto gemacht haben. Schaut bitte bei uns im Blog vorbei. Wir werden dazu noch einen Artikel reinstehen mit dem Anmelde-Link. Ihr könnt euch dann rechtzeitig anmelden. Das Webinar nochmal am Mittwoch, 27.05. um 18.30 Uhr. Die Woche schließen wir mit einer einzigen Position in unserem Portfolio. Wir haben noch eine Restposition aus dem Trade im Nature-O-Guess. Wir sind zwei Kontrakte short und aktuell 880 Dollar im Plus. Das war es von uns für diese Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Insgesamt waren in den letzten Wochen sehr ruhig. Wir müssten unsere Gewinne behalten, die wir zuvor gemacht haben. Wir müssten auf Gelegenheiten warten mit sehr hohen Wahrscheinlichkeiten für den Gewinn. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Und wie man sieht, haben wir auf allen unseren Konten Gewinn gemacht. Aber nicht nur auf unseren Konten, die wir hier zeigen, sondern auch auf unserem Wettbewerbskonto. Bis zum Ende des Wettbewerbs bleiben noch vier Handelstage. Wir haben bis zum Platz 3 noch knapp 10%. Nach unten gibt es noch genug Platz, wenn der Markt uns eine Gelegenheit bietet, eine Trading-Gelegenheit. Wir haben auch viele Setups für nächste Woche. Es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Trading-Gelegenheiten ergeben. Werden wir sie auf jeden Fall nutzen, um eventuell hier unsere Platzierung noch zu verbessern. Das war es von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit mit Mitgliedern aus unserer Trading-Gruppe. Praxis sehen wir uns später bei den Handelsplänen. Allen anderen wünsche ich eine angenehme oder eine erfolgreiche Trading-Woche. Und wir sehen uns nächste Woche bei den Handelsergebnissen.